Wir sind jetzt am Fashion World und wir können es nicht selbst filmen, weil dieses Selfie-Stick-Teil... Scheiße ist! Es ist einfach zu billig. Das ist einfach zu billig. Das ist einfach zu billig. Ich bin jetzt am Foto, aber das ist einfach zu billig. Also Im Bis zum nächsten Mal. Es ist kurz nach 8 Uhr, wir sind jetzt vom Feschmarkt zurück und gehen jetzt dann zum Naschmarkt. Da ist dieses Open Air Kino. Heute ist auch der erste Tag, wo ich mit dieser Kamera gefilmt habe. Das ist jetzt die neue. Ach ja, und das Mikrofon ist auch neu. Wir sind jetzt gleich am Naschmarkt. Schauen wir uns kurz hin oder vielleicht mal eine ganze Zeit? Zehn Minuten. Zehn Minuten? Okay. Wir sind schon etwas K.O. Es war halt unglaublich heiß. Es wäre einfach mal schön zu sehen, wie das überhaupt abläuft. Vielleicht gehen wir dann nächstes Jahr mal länger hin und schauen uns wirklich den Film an. Es sieht irgendwie ganz so komisch aus, weil ich noch keinen Tripod habe, wo ich die Kamera halten kann. Wie so ein Selfie-Stick. Und deswegen ist es auch unglaublich anstrengend. Das Auto ist ja mal geil. Das Auto ist ja mal geil. Das Auto ist ja mal geil.